wächter kommt am richtigen punkt raus so des südafrikaners wunderschönes tor des südafrikaners elvio van herren eine kleine chance hatten sie die zweite nutzen sie ja so schnell haben wir uns die antwort des fc kopenhagen nicht gewünscht aber muss man neidlos anerkennen dass das in ganz großem stil gemacht war von elrio van herren spielte noch in bremen für südafrika gegen deutschland gar nicht ganz so auffällig wie in dieser szene junge war das gut gemacht